Ich werde den Keil nicht los, Wolke. Langsamer ruhig halten. Hast du den Verstand verloren? Komm hier. Oh, damit herzlich willkommen bei Spec Ops The Line. So, den haben wir, glaube ich, weg. Boah, hier wird man ja sofort ins Geschehen geworfen. Aber sowas von. Krass, krass, krass. Wow, der kommt uns aber nah. Oh, da ist schon der Nächste. Alter Schwede, ey. Boah, das wackelt so hier. Was ist denn los? Wo ist denn der jetzt? Wow. Ey, na, der wackelt doch nicht so. Wie soll man denn so arbeiten? Geht doch. Ach du Scheiße. Sind ja noch mehr. Oh. Oh. Alter. Wieso habe ich eigentlich so Blutflecken drumherum? Oh lol, ich schieße ja einfach mal so durch die Gebäude. Bring noch alle Leute um. Wow. 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 Alter. Okay. Was ist das jetzt? Wow. Okay. Spielende, wir sind tot. Nee, keine Ahnung. Mal gucken. Früher. Ist John Conrad der beste Offizier, den ich kenne? Ich weiß nicht. Damals in Kabul hat er meinen leblosen Körper einen Kilometer zum Rettungshubschrauber geschleppt. Ich bin vielleicht voreingenommen. Aber die Fakten lügen nicht. Der Mann ist ein verdammter Held. Damals die ersten Stürme in Dubai, habt ihr wahrscheinlich daheim gemütlich im TV verfolgt. Conrad führte die Damned 33rd aus Afghanistan raus. Aber statt heimzufliegen, meldete er sich mit seiner ganzen Truppe zur Evakuierung. Schätze, ihr habt nur gespendet. Es heißt, Conrad erhielt Order abzuziehen. Er verweigerte den Befehl und die 33. hielt zu ihm. Es ist immer noch nicht so recht klar, was dann passiert ist. Sicher ist nur, die Stürme wurden schlimmer. Immer schlimmer. Die letzte Nachricht aus Dubai besagte, Conrad führe einen Tross Überlebende aus der Stadt. Das war vor sechs Monaten. Dann, vor zwei Wochen, fingen wir diesen Funkspruch auf. Hier spricht Colonel John Conrad. Der Versuch einer Evakuierung, du weißt, war ein kompletter Zielschlag. Verluste zu viele. Okay, wer ist Conrad? Sind wir das quasi, oder? Walker! Was gibt's, Logo? Es gibt ein Problem, Sir. Geht's um die Mission? Nein, Sir. Dann wende dich an den Lieutenant. Verstanden. Lieutenant Adams? Was gibt's, Sergeant? Wie ist Ihr Status? Status ist Wund, Sir. Äh, Wund, Sergeant? Ja, Sir. Feinkörniger Gegner ist in US-Gebiet eingedrungen. Bekannt als meine Hose. Sir. Klappe, Idiot. Gentlemen, willkommen in Dubai. Yep. Immer noch tot. Werden wir sehen, Sergeant. Hast du das Funksignal geortet? Ja, Sir. Etwa 800 Yards entfernt. Also 800 Yards, bis wir sehen, wer mehr Scheiß redet. Du oder die Aufklärung. Wow. Wäre ich nicht so eine Killermaschine? Wäre ich jetzt verletzt? Okay, denkt daran, das hier ist ausgewiesenes Niemandsland. Das heißt, wir sollten nicht hier sein. Alles streng nach Vorschrift, okay? Okay, das ist wieder so coole Sau. Okay, und jetzt einfach hier hinterher. W und drücke einmal Leertaste umzusprinden. Leertaste Deku, okay. Zielvorrichtung checken. Rührt sich was? Nein, alles okay. Gut. Okay. Und jetzt? Können wir weiter? Hm. Ich gehe dir mal einfach hinterher. Los, suchen wir einen Weg nach unten. Alles klar. Ach so. Leertaste abseilen. Na dann. Ui. Es reicht, Logo. Hör nur ein kleiner Spaß, Boss. Lass den Quatsch. Konzentrier dich auf die Mission. Ich mag, konzentrier dich. Oh, und die loben. Okay, jetzt habe ich eine andere Waffe. Und jetzt? Hey, habt ihr das gehört? Willst du uns verarschen? Wie kannst du sowas fragen? Da ist keiner, Mann. Klingt wie der Funkspruch. Hm. Könnt ihr schwören, ich habe wem gehört? Kommt, bringen wir es hinter uns. Hey, ist da wer? Ist da jemand? Ii, was ist das denn? Da ist niemand. Und was wollen wir dann hier? Logo hat schon recht. Oh, ernsthaft? Sitzen da irgendwelche... Oh ja. Irgendwelche Verrotten da drinnen. Ich weiß nicht. Nicht gerade ein Job für drei eiskalte, supergut aussehende Delta-Operators wie uns. Nimm's als bezahlten Urlaub. Also ich bevorzugestrende... ...sexy Lady zu Leichenverhältnis von 3 zu 1. Logo, hörst du dir eigentlich selbst mal zu, wenn du so einen Scheiß redest? Nein, tue ich nichts, Sir. Das würde mich nur aus dem Konzept... Okay. Ducken können wir so? Witziges Tutorial. Ich brauche den da, weil ich nur Scheiße, ne? Verdammter Mist. Walker, sieh dir das mal an. Äh, was denn? Oh, Scheiße. Oh. So könnte man das auch sagen. Die Leiche sieht frisch aus. Ist sie auch. Einer von der 33. Wer hat das getan? Wahrscheinlich dieselben, die uns hinterhergeistern. Ah, das war nicht die Frage. Keine Sorge. Ich schätze, das finden wir schnell raus. Na toll. Mein Name ist Käpt'n Martin Walker. Wir suchen nach Überlebenden. Warum? Um uns auch zu töten. Boste, Nunji. Mein Kaffner ist er noch am Reich. Ihr sprecht quasi? Vielleicht verstehen wir uns besser. Agar in Terim Harf, besser nehmen. Sehr gut, Logo. Das kann sehr schnell überkochen, Walker. Booster, Sanktler. Hast du nämlich? Siehst du den Booster? Der ist voller Sand. Mhm. Okay. Oh. Oh, shit. Oh, Alter. Coole Effekte hier, du. Okay. Was, Monster 3? Oh, das war ja einer von uns. Leute, wartet mal auf mich. Okay. Äh, lasst Visiere einen Gegner an, während du Maus 3 gedrückt hältst und lass ihn dann los. Ich will. Schalt ihn aus. Okay. Ja, Sir. Auf dem Weg. Oben auf dem Boss. Schalt ihn aus. Schalt ihn aus. Schalt ihn aus. Oh. Oh. Da kommt noch welcher aus der Traskontainer. Alter, deck dich. Alter, das sind wir hier. Wo viele? Was ist die Musik? Oh, fuck. Ich habe ja gar keine Munition mehr. Guck mal, hier so drüber laufen. Munition voll. Na, super. Okay. Umschalttaste links. Nahkampf. Alter. Achso. Ich sehe nach unten und drücke Umschalttaste links. Ah, okay. Logo, Distanz. Circa 100 Meter entfernt. Los, kommt! Vorsicht, Kontakt! Wow. Alter. Scheiße, die Kerle gibt nicht nach! Schalt das Hübby aus! No. Okay, hab ihn! Zack. Auf den Schuppen! Zwei Uhr! Sie sind da drinnen und der Große da! Okay. Scheiße. Alter. So schnell bin ich nicht. Okay. Zack. Ich brauche eine bessere Waffe. Und ich will eine bessere Waffe. Hm. Mal schauen. Okay, hier müssen wir hin. Mayday, Mayday! Ihr Alpha Patrol! Erbitten, sofortige Unterstützung! Hört uns jemand! Alpha, wenn ihr mich hört, wir sind unterwegs zu euch. Scheiße. Gott sei Dank. Ich... Ich glaube, Marzen ist tot. Sind Sie verletzt? Ist noch jemand bei Ihnen? Wir sind zu viert. Alles okay. Ab uns geht die Munition aus. Lang geht das nicht mehr gut. Gut, haltet durch. Wir sind gleich da. Wie sieht's aus? Unsere Jungs sitzen im Rumpf fest. Okay. Die haben uns noch nicht entdeckt. Wir sollten Scheidämpfer nehmen. Gute Idee. Zielschöldämpfer. Oh, Scheiße. Ich glaube, die haben uns entdeckt. Wow. Ah, jetzt habe ich ihn endlich erwischt. Schnell hier rüber. Zack. Oh, Mann. Das sind aber viele. Ich gebe dir Feuer. Oh, Scheiße. Da kommt noch wer aus dem Heck raus. Na, super. Oh, Mann, ey. Ich glaube, ich muss mal hier vorrennen. Okay, waren das jetzt alle? Okay. Scheinbar waren das alle. Kommen wir jetzt da hoch? Okay, hier können wir nicht lang. Wahrscheinlich hier unten. Ah, jo. Hier ist ein Hoch... Was ist das denn? Wow. Alter. Geheimen Infos, was auch immer das heißt. Was sind denn die anderen jetzt? Oh, Mann. Okay. Wow. Alter, wo sind meine Freunde? Ach, da sind sie. Natürlich sehe ich sie nicht. Okay. Ja, ja. Okay, war das jetzt alle? Alles klar. Oh, Scheiße. Oh, Scheiße. Scheiße. Begeiselnahme. Ruhig, lassen Sie ihn gehen. Die Gnähe kommen. Schnell jetzt, Walker. Mach was, Walker. Sonst ist er tot. Ziel am Boden. Huh, okay. Hat er es geschafft? Sag was, Boss. Er stirbt uns. Wir helfen Ihnen. Halten Sie durch, ja? Lasst mich. Sie haben McPherson. Ihr müsst ihn finden. Klar. Aber Sie müssen mir sagen, wohin er gebracht wurde. Sie haben ihn... ins Nest gebracht. Nest? Ins Nest, gut. Und was ist mit Conrad? Ist er am Leben? Ach, ist alles Scheiße. Lugo, markier die Leichen auf dem Tag. Adams, such draußen nach Spuren. Ich möchte wissen, was in dieser Stadt los ist. Eine Menge Spuren Richtung Norden. Dann folgen wir Ihnen.